Spitze gegen Boulevardpresse Adele klärt über eigenes Klatschblatt auf Die Sängerin Adele wird eine musikalisch-schaffenspause einlegen, umso begehrter sind Tickets für ihre verbliebenen Konzerte. Auch The Sadden Times, die während ihrer München-Auftritte verteilt wurde, wird zum wertvollen Sammlerstück. Adele klärt nun auf, warum es das Klatschblatt überhaupt gibt. Wer nicht in den Genuss gekommen ist, eines von Adele's zehn Konzerten in München live miterlebt zu haben, hat neben einer atemberaubenden Show auch ein besonderes Detail verpasst. Während ihrer Mini-Residenz in der bayerischen Landeshauptstadt veröffentlichte die Sängerin jede Woche ihre ganz eigene Klatschzeitung und verteilte diese in der Adelworld. Auf Instagram teilte Adele nun einige der Schlagzeilen und Artikel, die sie in The Sadden Times veröffentlicht hat, und erklärte zudem den Hintergrund des Projekts. Nachdem ich jahrelang die Boulevardzeitungen ertragen musste, habe ich beschlossen, im ersten Artikel, den Adele nach den Shows des 2. und 3. August verfasste, heißt es etwa zu einem Foto der Sängerin auf einem Fahrrad vor der Bühne. Tage vor der Eröffnungsnacht wurde Adele gesehen, wie sie auf dem Rad durch die Adelworld flanierte, während sie sich auf die Shows in München vorbereitet. Ganz in schwarz gekleidet und mit weißen Törnschon, achtete die in London geborene Sängerin darauf, sicher zu bleiben und trug verantwortungsvoll einen Helm. Eine Quelle sagte, sie lachte sich den Arsch ab, während alle anderen hart arbeiteten. Ich schwöre, es war jede Woche mein Highlight, diese jeden Sonntag nach den Shows zu schreiben und zu erstellen. Ich glaube, ich habe meine wahre Berufung verpasst, scherzt Adele und resümiert, eine freundliche Verarschung meiner selbst. Es macht wirklich so viel Spaß, absoluten Unsinn zu schreiben. Dazu fügte die Sängerin ein Emoji des Planeten Saturn, für The Saturn Times, an, wohl eine Anspielung auf ihr Saturn-Tattoo am Arm.